hallo freunde und willkommen in diesem video ganz kurz gezeigt wie wir die option benutzer müssen benutzer name und kennwort eingeben hier wieder her holen oder aktivieren wenn dieser irgendwie verschwunden ist entweder weil wir windows hello eingerichtet haben oder warum auf immer wird diese vermissen das spielt an der stelle keine rolle jedenfalls wenn wir die benutzerkonten übersicht hier aufrufen sieht dann so aus ja die option wird hier nicht angezeigt so wie hier ja nun wer das meinte dass er braucht und möchte dass es hier wieder angezeigt wird der kann das ziemlich einfach und schnell wieder aktiviert allerdings ist da ein kleiner eingriff in die windows registry nötig wir rufen uns also unsere registriere editor hier wie auf immer wir das machen wir können auch die windows taste einfach drücken reg eingeben und schon haben wir hier unsere registriere editor noch mal mit ja bestätigen das können wir jetzt schließen und hier navigieren wir einfach unter hier hat key local machine software microsoft den link findet ihr dann auch unter dem video hier suchen wir nach irgendwas mit windows ente genau current version hier ist noch mal der pfad ja auch zack und hier suchen wir nach der schlüssel oder unter schlüssel irgendwas mit genau passwort less einfach aufklappen und hier haben wir noch mal ein unterschlüssel die heißt device und das markieren wir jetzt und hier auf der rechten seite haben wir dieses ja die wort hier wert 0 wenn wir das einfach doppel klicken also 0 bedeutet hier dass die option hier angezeigt wird sieht so aus ich schließe das mal und wenn bei euch nicht angezeigt wird beziehungsweise hier eine 2 ist ich ändere das mal und rufe noch mal die benutzerkunden ober sich hier auch und wir sehen dass die option jetzt fällt hier ja also wenn das der fall ist alles was wir machen müssen einfach hier hin navigieren hier ja und den wert hier von 2 auf 0 ändern ja und schon ist unser kleines problem hier gelöst ja wir können das hier wieder steuern sollte bei euch der schlüssel hier vielleicht fehlen irgendwie den könnt ihr euch auch selbst erstellen das ist kein problem also ihr navigiert einfach zum hier hotkey local machine software microsoft windows nt current version und hier drunter stellt ihr euch einfach mit der rechten maustaste hier anklicken neue schlüssel die nennt ihr dann passwort less hier dann unter passwort less wenn ich das jetzt wieder finde zack einfach markieren rechts neu schlüssel das nennt ihr dann device dann markiert ihr das und auf der rechten seite einfach wieder rechte maustaste die wort wert hier 32 bit wichtig vielleicht und das nennt ihr dann eben device passwort less will werchen wird setzte auf 0 und schon habt ihr eure option wieder genau das war es aber auch schon alles jetzt was ich euch schnell zeigen wollte ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen abonnieren nicht vergessen über ein like freue ich mich natürlich auch danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal abonnieren ich hin